ja und hallo und herzlich willkommen zu waro bootcamp mit meinem teamkollegen techlight hallo ja du ja dann testen wir mal warum und ich hoffe wir leben 9 8 7 6 4 3 2 und let's go lass uns erstmal in einer richtung rennen so warte hier sind kühe schnell noch irgendwas mitnehmen komm her warum doch erstmal holz holen dann können wir ein schwert machen ja schnell weil wir haben ja noch zeit schnell so für den anfang einfach nur schnell equippen steht da wozu machst du ja ich mach direkt zwei pickaxe und axt und so ne holz mach du holz ich mach hier futter so ja aber lass uns erst lieber weiter noch gehen ja aber hier mitnehmen kühe mitnehmen und nicht so am anfang ich habe mein fleisch reich warte 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 ich habe noch keine heute so komm her hier da liegt das für dich wo bist du ja ich bin schon wieder ein stückchen lang gelaufen weil hier noch kür sind ja du vergisst wir müssen ziemlich nahe aneinander bleiben ich sehe dich nicht ich bleibe einfach da stehen ok gut dass wir jetzt erst noch waro trainieren und sonst wäre es glaube ich jetzt schon unser untergang hier techlight da liegt eine pickaxe dann lassen wir in der richtung glaube ich laufen noch ein bisschen holz mit ich habe auch noch holz ja aber lass uns mal wir müssen hier so tun als wären wir auf der flucht flüchtet doch schon komm mit ja einfach hier irgendwo in den berg rein wurde hier ja würde ich auch sowieso sagen direkt im berg rein ich schaue so lange und ich nehme holz noch so lange mit ja wir müssen hier ziemlich schnell vorankommen ja wir gehen direkt runter auf diamanten höhe ja steht was denn direkt eine höhle höhle ja aber ich glaube es ist eine ganz kleine wo nur wasser drin ist machst du mir dazu ja ja ich muss meine ich muss das mal ein bisschen heller machen sonst sehe ich hier nichts das darf man ja aber super wo sind wir denn hier gelandet sagen wir mal direkt sieben mal stein ein damit ich für uns einen ofen machen kann ich glaube wir können auch nur 15 minuten spielen schauen wir einfach mal wie lange wie weit wir kommen in der ersten folge würde ich sagen ja wenn mal wir spielen jetzt durch würde ich sagen wir spielen minecraft jetzt durch wir sollen minecraft durch spielen in 15 minuten warum geht das nicht okay wie gesagt das ist jetzt einfach nur trainingsphasen ich habe echt keinen bock als erstes zu sterben ich auch nicht ach hier schon mal ganz kurze informationen wir wurden nämlich eingeladen von chryser lp dies starte nämlich eine runde war oder mehrere runden und wir sind ja ziemlich nur wieder drin ja du das ist ja mal was anderes kein mod pack nein ich habe keine picker okay lass mich weiter ich gebe dich oder ich kann ja schon mal die workbench irgendwo hinstellen ja baue sie einfach in die wand rein ach das dauert alles viel zu lange man oh eisen weiter hinter war eisen hier bitteschön weiter rund ich mache mal einen ofen ich habe einen ofen ja ich habe mir auch direkt eine stein pickaxe genommen zweimal vergiss die workbench gleich nicht ich mache mir auch direkt ein stein schwert hast du gehört ja mach mal bitte eins mit wir müssen nur ziemlich schnell runter und auch eine menge schaffen ah hier unten ist das schon wieder extrem dunkel ich habe auch ein leder für bücher ja super ok ich baue das eisen mal hier oben ab ja oh nice gar nicht mal so wenig eisen wir haben hier unten eine höhle ok ich würde auch sagen wir gehen da direkt unten zur höhle meint sie ja ja hier ist nämlich kohle aber vergiss den weg nicht zu zu machen nein oben habe ich zugemacht ja dann ist ja erstmal egal machen wir gleich machen wir gleich wir sind noch viel zu langsam wow 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 creeper fuck it da ist ein creeper ja ja geh mal weg ja er kommt wieder er ist tot ok super ich gehe vorne links weiter guck bitte ob zombies da sind da unten ist eisen ja und kohle iron iron ja die habe ich auch verewigt ich mache mal noch ein paar stickies für fackeln ein eisen ist runtergefallen wohl ja immer mitnehmen scheißegal wegen den leveln ja ja klar schauen wir gerade und wir müssen ziemlich nah zusammen bleiben ah skelett ja ich höre es ich höre es ich habe ja hast du die workbench mit ja ok weil ich habe kein dingster momster weil kein schwert ich habe dir eins gemacht ja dann gib mir das mal bitte wenn wir hier die erste base eben bauen ja für die schnelle ja dann kohle ich kohle ja aber gebefeuert schwert ich habe einen bogen super da ist schon was drin hier fleisch sneaken ich laufe hier vorne mal hin hier vorne ist auch gold aber was wollen wir mit gold äpfel goldäpfel goldäpfel ach ja stimmt ja die bringen uns ja auch eine menge hier also so extreme sachen brauchen wir jetzt am anfang noch nicht für farmen ne weil wir müssen ja die ressourcen sparen ich habe hier noch ein bisschen kohle mit iron iron ok zwei blöcke was habe ich hier vorne noch ich habe extra fleisch noch in der truhe gepackt ne ja äh ich auch ach shit du ok du bist hier ja bau mal zu bitte ich habe keine steine mehr aber da vorne war noch gold ja wir können ja gleich wieder rauchen wir können uns ja wieder frei bauen nur ach du hast keinen bock auf monster ne richtig aber da hast du bock auf monster ne hungerbalken ich habe mir zwei steaks rausgenommen ne ja da haben wir noch mal das eisen ja ich sehe es und hier weiter runter oh man ok zur not hätte ich auch noch bone meal ja boogen habe ich fleisch habe ich mushroom kann weg holz mein holz schwert werde ich verbrennen ich habe mir ich mache mir mal eben ein eisenschwert ne oder ne erst die rüstung was meinst du erst rüstung ich würde erst auf rüstung gehen erst auf rüstung mach aber eine eisen pick axt falls wir auf diamanten treffen damit wir die ab bauen können ja kriegen wir hin oh man der closer und der tech light am rum fehlen ich habe auch noch bone aber das brauchen wir ja bis jetzt das brauchen wir nur für bone meal ne ich weiß ich muss was essen warte ja hier sind drei dinge ich habe ein bisschen holz noch wo ist die rüstung wir haben noch fünf minuten so ich weiß noch nicht wie es laufen wird ob wir dann jetzt jede zweite folge oder jede dritte folge unsere koordinaten freigeben müssen aber halt einfach nur testen wie schnell was wir alles in 15 minuten erreichen können den gang weiter unten ich habe hier noch kohle gefunden ich würde auch sagen wir ziehen direkt auch weiter ja ich habe dir da was hingeschmissen ja wir haben noch vier minuten oh danke ja dann sammeln die scheiße auf und dann lass mal weiter abhauen ok das ist wieder zu ich nehme die workbench mit ich werde dann eben bis hier das eisen durch ist ein eisen noch wenigstens ja und dann lass hier weiter oder weiter wieder nach oben wir müssen ja auch gucken dass wir nein nein wir müssen tiefer tiefer ok wir kriegen besuch du hast mir ein stein schwert gemacht ne ah fuck ok ich bin hier einfach jetzt weiter gelaufen dahinter unsere schutzmauer ok hier haben wir lava haben wir auch einen eimer nein 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 darum ist eisen ja eilen eilen ok wow ja krass geil alles mitnehmen weil wir müssen erst uns equippen und dann die ganzen anderen sachen ein eisen habe ich gefunden juhu ich habe hier ein paar sollen wir weiter runter gehen ja ah nein du brennst ist es schon vorbei nein 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 gut ok super sowas darf uns nicht passieren gold ach nee gold brauchen wir eisen pickaxe hast du einen pickaxe bin dabei ok wo bist du ja ach wieder hier in dem bungalow ja aber ich habe dir jetzt extra wieder zugemacht wolltest du hier runter ja ist egal sonst gehen wir woanders runter ja einfach reinhauen lass mich machen ich habe ja eine eisen ja lass uns hier ein bisschen aufsparen ok falls wir auf diamanten stoßen wir die jetzt schon wieder kaputt hauen weißt du ein bisschen sparsam am anfang ja was heißt am anfang ich denke mal wir müssen die ganze zeit sparsam sein ne ne ich glaube wenn wir später eine äh tierrüstung und sowas haben und brauchen wir alles nicht mehr so viel ok ich mache aber die türen wieder hinter uns zu ne ja machst du mal licht kriegen wir hin oh man 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 alter warte lauf mir nicht direkt so äh ne ne ich weiß du kannst mich hitten richtig iron schon wieder iron ok die fackel hier oben mache ich wieder weg und klatsche wieder alles zu ne oh wir sind schon bei bedrock auf welcher höhe sind wir eigentlich weiß ich nicht ich darf ja meine 5 wir sind schon auf 5 ja dann lass uns hoch 6 7 ey ok ok wir sind jetzt hier auf 9 1 noch würde ich sagen hier ok ich fange aber direkt neben dir an ne warum neben dir das ist doch abweg doch lieber in die andere richtung ne ich will ja nicht von dir getrennt sein ok dann mach zwei gänge pause und dann fang da an ja da musst du ab und zu hinten schauen ne ja klingt zwar ein bisschen abweg aber wir müssen halt so reden wir müssen ja schon uns ein bisschen verständigen oder wie auch immer sneaken 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 nicht vergessen ah dankeschön ich hätte es jetzt schon wieder vergessen aber wenn man hier ist und abbaut dann hört man das ja auch bau mal die workbench auch bitte ich hab keine pickaxe mehr ja workbench ist da ach die war da ich hab hier ein iron gefunden ah 37 kunden noch ok fuck zack zack ich hab zwei pickaxe gemacht fuck it ja ich hab kurz noch welche einmal wieder ein bisschen licht machen aber wir haben schon für den anfang haben wir schon redstone brauchen wir nicht zehn sekunden neun sekunden techlight wo bist du ich komm mal schnell zu dir ok bam die zeit ist abgelaufen das war die erste runde waro bootcamp und wir haben überlebt wir mit meinem kollegen techlight jo also was sagst du die erste runde wir müssen schneller werden richtig ja vor allem wir müssen uns besser absprechen wer was macht kriegen wir hin naja lasst ein Däumchen da oder vielleicht auch ein Abo wir sehen uns in der nächsten Folge ciao ciao jo ja wie